Inzwischen benutzen fast alle Zimmerleute Schrauben. Weil Schrauben einfacher ist, z.B. wenn man jetzt einen Sparrand verrücken muss, weil der irgendwie im Weg ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ist es doch ein bisschen einfacher, gerade mit dem Akkuschrauber die Schraube rauszudrehen, als mit dem Nageleisen den Nagel rauszuziehen. Lange Zeit hat man in Fachkreisen darüber diskutiert, was wirklich besser ist. Schrauben oder Nägel. Letztlich haben sich fast überall die Schrauben durchgesetzt. Auch, weil man damit schneller und flexibler ist und ökonomischer arbeiten kann.